Hier sind wir gerade in den Wasserfällen, wortwörtlich in den Wasserfällen, die einigermaßen ausgetrocknet sind. Das bringt uns aber dazu, dass wir im Prinzip wortwörtlich in die Wasserfälle reinlaufen konnten und hier bis ganz vorne hinlaufen konnten. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist sogar noch besser, als wären die Wasserfälle gerade da. Das ist, ich muss sagen, ein absoluter Klötzverlaub.